So, es ist ein Samstag, ich war heute auf dem Fahrsicherheitstraining in Heidelberg und wie es dort abgelaufen ist, das Idee ist. So, es ist ein Samstag, ich bin schon mal ein bisschen fortzünder geworden. Du findest das komisch? Ja, nimm mal Gas für dich selbst. Jawohl, jetzt haben wir es deutlich sehen, wie heran steht. Aber jetzt war es kein Bremsschlag, jetzt war es ein Großmutterbremsschlag. Noch kürzer, noch kürzer, es kickt ran und weg. Aber nicht zur Frühbremse. Aber du hast ja gehört schon, dass die meisten Ruckelfahrer auch mit Zündungen haben. Jehebel kommst du weiter raus mit Fahnen. Ich glaube nicht, dass es programmiert wird. Aber der Schöpfe ist das einfach. Okay, das reicht mir jetzt. Oh, die Handbremse, du kannst es. Raus. Ja, und ich bin super. Ich bin super.